Hi, how are you doing? Nice to meet you finally here. Ich hab dich wirklich vermisst, Bruder. Ja, okay, tschüss. Übrigens, willkommen in Peru. Wir machen jetzt eine Stadttour durch das wunderschöne Cusco. So, wer kennt denn hier eigentlich den Gute-Laure-Express? Heute Abend haben wir dann natürlich in Ruhe Zeit um uns allen ordentlich hereinzukippen. Geil, dass ihr jetzt alle da seid. Let's get it started. Krank. They put wood. What kind of wood? Ich glaub, ich hab ne Sonnenstich. Du, Leo, woran hat's eigentlich gelegen? Ja, es ist ne schöne offene Frage, über die man sehr gut diskutieren kann. Genauso gut wie kann man Brot einfrieren machen. Ja, kann! Es gibt immer jemanden, der drauf einfriert. Oh my bitches in Thousand America! Was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit Carsten los? Das sieht aber gar nicht gut aus. Wasser ist ein Menschenrecht. Ich habe Befehle der Natur, mir Wasser zu geben. Ja, vielleicht macht's es ja. War nicht oben. Wir waren wie so Touristenlappen, einfach nur unten. Die Almans mit der Kamera, ne? Ja. Also, das ist der Plaza de Amas. Wir befinden sich hier, die Kathedrale. Irish Pub. Wir hier. Laiburger ist aus Italien. Wir sind nicht so ganz vergrüßt. Ich muss nur lachen, er darfst! Ich will doch n' Schlappeln nehmen! Mein Tschüssburger schon weg! Ja, bitte! Danke, danke! Wir glauben an den nemen Gott und haben auch immer das. Ja, das geht nicht relativ. Liebe Whisky. Alles organisatorische ist morgen. Es ist echt schön, dass ihr alle hier als andere an der Welt gekommen seid. Pablo hat eben gesagt, der Salat wird kalt, also lass uns sehen.